Hey, was frustest du denn hier so rum? Was? Ja, guck dir das doch an, alles grau und... Ach, Quatsch! Ist doch alles... Pass auf, man muss jede Jahreszeit nutzen. Herbst, da geht's richtig ab, da sind Haushaltsberatungen. Naja, dann guck doch mal, hier ist doch ganz viel Grün. Wie Grün? Wo Grün? Komm, ich zeig dir das mal. Ja, gut, ich komm mit. Okay? Aber mal ernsthaft. Natürlich kann man ja auch als Abgeordneter ein Herbstblues kriegen, aber dagegen hilft auch ein bisschen Grün. Nicht politisch jetzt gemeint, sondern... So was wie hier beim Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, wo hier mitten in einem grauen Gebäude Pflanzen ein wenig die Lebensqualität erhöhen. Und wenn man auch, und das ist das Schöne, finde ich, an den Gebäuden des Deutschen Bundestages in der Transparenz, man kann nicht nur sehen, was die Politik macht, sondern man kann dann auch mal in Richtung des Kanzleramtes gucken, sieht die Bäume, sieht die Begrünung des Kanzleramtes. Und das macht es auch schon mal ein bisschen leichter. Und es gibt noch andere Stellen, an denen Pflanzen in den Bundestagsgebäuden zu finden sind. Jetzt werden einige sagen, ja, aber hier ist doch wieder nur Beton und Grau und Weiß. Aber eigentlich geht es um diese vier Blumentöpfe. Blumentöpfe ja. Denn auch da hat der Bundestag auf Bäume Rücksicht genommen. Und so sieht das dann von oben aus. Und so sorgt man dafür, dass es eben nicht nur die grauen Straßen gibt, sondern auch grün. Auch wenn das jetzt herbstlich, gold, rot oder wie auch immer wird. Und es gibt dieses Kunstwerk, das berühmte der Bevölkerung. Übrigens ist hier mit der, aua, Brombeere, eine meiner Lieblingspflanzen. Nein, guck mal, alles grün weg. Wo soll man denn da gute Laune haben? Ja, sieht dann auch manchmal so aus, das ist der Herbst. Aber der Herbst ist ja die Vorbereitung für den Frühling. Und das ist doch das Schöne eigentlich, wenn die Stimmung ist. Nach einer schlechten Stimmung geht es wieder aufwärts. Und dazwischen helfen manchmal grüne Krawatten, manchmal dunkelgrüne Anzüge, immer grüne Kniestrumpfe.